Ihr Lieben, unsere Mangos sind reif. Da freue ich mich jedes Jahr drauf. Dann habe ich für die Tiere auch was. Ja, die fallen jetzt alle vom Baum. Nach und nach. Das ist total geil. Ich liebe es. Die Limetten habe ich ständig. Dann Erdbeerguaven kann ich jetzt täglich auch essen. Die sind auch fertig. Die Avocados, also unsere Sorte hier vorne, die so groß ist wie mein Kopf, die braucht noch ein bisschen. Ansonsten bin ich jetzt fleißig am Mangos sammeln. Bananen kommen immer ungefähr anderthalb Jahre, wie man sie halt gesetzt hat. Was haben wir sonst noch? Litschis sehe ich leider keine diesmal. Die Macadamianüsse werden jetzt langsam der Kaffeewirt. Der ist jetzt im grünen Zustand. Der fermentiert dann durch die Sonne am Baum und wird braun. Also mehr schwarz. Guckt euch die frischen Mangoblätter an. Das fühlt sich, das erinnert mich an was. Es gibt eine Pflanze, die bildet so Puff. Sieht aus wie eine Qualle, so in Puff. Auch diese Farbe. Und wenn man da drauf drückt, da ist Luft drin, dann macht das Puff. Ja, das erinnert mich daran. So wie die sich anfassen. Wie ein bisschen klebriges Gummi. Ja, unsere Fayoa hatte Blüten. Da beginnt das jetzt, dass sie Früchte bildet. Die Pitanga, die bekommt Früchte. Dann hat sie einen ganz kurzen Ruhestand. Und dann bildet sie wieder Früchte. Also die ist auch fortlaufend an Früchte tragen. Feigen kommen jetzt auch langsam in Gang. Hier oben ist noch so eine schöne, dicke, fette Mango. Die sind so groß. Ich habe immer Schiss, dass die Hühner hier drunter stehen und die auf den Kopf kriegen. Ja, jetzt gehe ich in den Garten und sammle da alles auf. Gut, das wollte ich euch nur erzählen. Weil ich so glücklich bin, dass die schmecken aber auch. Mangosaft, geil. Göttlich. Gut, und überall. Klock, 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 klock. Fallen die jetzt. Bis später.